Da sind wir wieder bei Pokemon by diesen Namen zu bescheuert, um mir den zu merken. Ich probiere jetzt mal den Steifen. Ich bin sicher, ich kann da rausspringen. Wenn nicht, dann ja scheiße. Ich glaube, ich sollte den Arena-Leiter leicht besiegen können. Münzer-Mulett. Kein Problem. Oh, man kann nicht so gut sein. Das ist so dumm. Ach, ich kann damit leben. Schlechter. Oh, mein Bruder wohl noch lebt. Letztens habe ich meinen Schlangen-Sieben-Hausaufgang aufgegeben. Sie haben gestillt, aber warum? Meine Mutter sagt immer, Bildung ist gut. Ich würde aber lieber Team Rocket in den Ofen schießen. Ich werde bezahlt, dafür eine Demo-Sperre, wenn ich hier nun mal die Story weitergeben. Backbäcke, aus Backe, Backe, Mumpfkuchen. Das Mumpf-Faxo hat gerufen. Ruhl-Külpst. Wer guten Kuchen-Schmatzen machen will, der muss haben. Mal sieben Sachen Butter und Mehl. Silo und Lilo, Mumpf, jetzt habe ich Hunger. Geil. Polizei. So, da bin ich wieder, bin jetzt Ziele geändert, gestartet wieder. Gut, das war ein kleiner Pack, was das Bier nicht so ein bisschen gefallen hat. Und weil wir nicht so unfair sein wollen, gehen wir auf diesen Weg weiter. Halt, wieder lang. Auch wenn es auf der anderen Seite vielleicht was geben könnte, aber nein. Wir müssen hier lang. Gut, ich bleibe ich mal lieber hier ab. Ich finde das ungerecht, dieser, dieser, ach, so tolle Ticker wird hochgejubelt und was. Bis mit mir. Ich bin auch gebühlt. Ja, wie heißt du denn? Was ist denn die Broterausauflage? Oh. Ach, schön, interessiert. Ich spiele keine Spiele. Hallo, ich bin der offizielle und funktionelle Namensbewertete. Ich helfe dir beim, ähm, ändern der Namen deiner Pokémon. Es kostet dich auch nur, auch, dich auch nichts. Willst du dann nur, ahn? Okay. Schau dir mein knuffiges Pachirizo an. Mein Papa ist deswegen extra nach Sinnoh gereist. Er sagt, es wäre ein Kinderspiel. Pachirizo. Reicht das, war ganz schön schwer. Dieses Pachirizo, komm. Ich musste am Ende sogar Sienio zum, um Hilfe bieten. Sien. Denken ich denn am Achtenplan. Vielleicht nicht gleich vom Pokémon-Spieler, aber... Nicht mit diesem Typen sprechen, sonst... Bacchi di Spili. Diese Stadt ist zu groß, da verlaufe selbst ich mich als Pokémon-Free. Hallo, ich und mein Freund, der so aussieht, wie ich zocken gerade, Pokémon-Schwarz-2. Ich finde die Story gut, aber die Pokémon, naja. Los, Pikachu. Hey, störe uns nicht. Wir haben uns echt bessere Pokémon als du. Was glaubst du uns? Taha, klar, Schoch-Maken. Ja, das ist hier die Arena. Und wenn man da, äh, in diese eine... Oh, ich gesagt, da würde in diese Höhle da reingehen, dann würde man hier hinten... ganz gefährlich. Da ist wohl der allerliebste TK. Den werde ich, glaub ich, besiegen. Für immer. Okay, ich wollte schon Kalle sagen. Nee, du hängst dich nochmal auf. Ich hoffe, ich darf bald die Undemo. Für dich, weil das macht echt Spaß, weil... Bei... Bei... Bei sein Pokémon-Spiel zu spielen und let's playen wird erstens geil auf. Hat geile Hinzukommen, wenn sie wirklich... Guten Tag, wenn sie mal meine köstlichen Beeren probieren. Natürlich kannst du sie auch wieder einpflanzen. Willkommen, how many I serve you. Also... Ähm, komm, äh, komm mal wieder. Ähm... Ja, so ungefähr. Komm mal wieder und so weiter. Ich und mein Englisch. Und... Und damit stellen wir uns hier... Wenn... Hierhin und beenden den Part für heute bis... Denn... Hm, was er wohl gerade letzt blättert. Oh, hallo, du musst Michael sein. Boah, kennen... Kennen sie mich? Ich und der Professorin häufig. Ähm, Skype, bla, bla, bla. Wie dem auch sei, du bist sicherlich hier, um gegen mich antreten zu können, oder? Aber damit sicher doch. Ja, gut zu. Leider können wir noch nicht sofort kämpfen, weil die... Mit die Batterien... Batterien fehlen. Um den Generator zu benehmen. Hm, wo finde ich solche Batterien? Und warum nimmst du auf? Ja, boah, du weißt es... Was zu tun haben. Ich bin eigentlich mega faul und vergesse schnell was. Such es doch bitte für mich. Anderes wirst du nicht gegen mich antreten können. Hauptversuche den Keller. Hier, äh, hast du den Keller, schlöschte für den Keller. Den Eingang zum Keller findest du neben der Arena. Guck mal, wie faul der Decay ist. Guten Tag, wollen sie köstliche... Äh... Ich bin jetzt... Verlassen? Nee. Ich lasse mich da nicht bestichen. TK, du fauler Sack, ehrlich. Euch da kommt. Wohlkommen nicht an. ich weiß hier gerade auch noch wo die Batterie ist aber das ist auch wieder nicht so groß weil ich habe mich hier noch etwas umgeguckt aber weiter nicht weil ich ja nicht weiter konnte hier liegen leider konnte also nicht kein so ein Geräusch super gemacht du hast ihn den gib ihn mir mich hallo gib dir die Batterie gut ich erwarte dich in der Pokémon gut da mache ich extra einen Cut jetzt vor den ersten Gegner Speicher werden diesen Part und danach der Final Part so bis dann so bis dann